jo hey youtube da bin ich wieder ich wollte mal fragen welche auflösung ihr besser findet diese hier mit 720p also das wäre also hd mit flüssigen 60 bilder pro sekunde oder ob ihr die auflösung bevorzugt die ich jetzt einstelle das wäre dann diese auflösung das wäre jetzt full hd also 1080p und ja bei meinen noch flüssigen also 30 bilder pro sekunde das geht noch finde ich das ist noch gut und schreibt da mal unten in die kommentare welche auflösung ich für das video verwenden soll wenn ich so umfahre mit meinem roller könnt ihr mal unten in die kommentare schreiben wenn ihr lust habt und zeit natürlich dann würde ich sagen dann bis später oder so bis zum nächsten video ich denke mal das nächste video wird das erste farbvideos sein mit dem mikrofon und der gopro denke ich mal dann bis zum nächsten video tschüss